So, willkommen zurück. Geh mal hier mal hoch. Helikopter. Wollt alle aufs Maul. Er ist unser Heli. Alles reinhalten, was geht. Bam. Na, gucken wir, dass es nicht in dem Moment, den ich es brauche, wo Hitze ist. Ja, komm. Raketenwerfer wird nicht jung gespielt. So. Okay, ist in unsere Helikopter. Oh, naja. Ich glaube schon, nur du. Oh, das ist ja gar nicht unsere. Okay. Ich habe meine Hände auf dem Abzug. Noch weiter. Ja, Elenden. Ah. Immer die mit dem Raketen aufs Erscher schalten. Ja. Ja. Sie sind weiter ins Park ausgelaufen. Okay, bringen wir die Party in Schoen. Ja, ist ja... Keine schlechte Idee. Okay. Das ist ja schon früher ausgeschaltet als gerade eben, da hatten sie sich nämlich alle geht sammelt. Das sind unsere Männer. Sie sind halt nur so schlecht. Nach der 2.1. Nach der 2.1. Wir sind die Gino 2. Ich stehe ja nicht da. Was weiß ich auch schon, nee. Oh, da rechts, da geht die Party schon wieder ab. Ja. Hier oben alles clear. Okay. Welches Ziel denn? Ah, da war Sandman. Sandman. Nichts gibt's. Angriff ist die beste Verteidigung. Okay, aber nicht in dem Fall. Knapper ging's echt nicht. Bei mir ist alles klar. Nichts hier raus aus dem Todesteil hier. Okay, das heißt noch von der Waffe. Wir machen die Raketen davon. Ich schnell vorgehen, okay. Ich glaube, ich bin mal der zu schnell. Alles gleich im Keim ersticken. Definitiv zu viele. er ist unser der herz wie bei uns auch aus verdammt ist mir unsere ja also sein natürlich nachladen ich hoffe es nicht speicherpunkt also lange hat meine festplatte voll ach super okay guck mal wo der jetzt speicherpunkt waren dann ich habe auch sechs minuten aufnehmen ok ok seiner von uns das dann nicht hier war der letzte speicherpunkt das heißt dass ich hier gut hinkommen mal wieder viel zu viele glaube ich ich behalte jetzt mal den raketenerver als zweitwaffe kornpuffer olo was ist denn ich probiere es noch einmal und dann funktioniert dann ich habe mich schon weiter vorne naja okay dann wenn ich jetzt ja auch noch nicht nur ein 8 minuten part ich hoffe für euch nicht so schlimm bis zum nächsten mal tschau danke